Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Top-Ten-Video. Heute geht es um die USPS-S Whatever. Wir fangen so wie immer auf Platz 10 an und arbeiten uns da langsam nach oben. Platz Nummer 10, die USPS Road Rash. Die waren mir bis heute noch gar nicht bekannt. Ich war gerade vorhin noch mit Tobi im TeamSpeak und wir haben wegen den Treuabzeichen für Twitch und so weiter geguckt und den Emotes und dann sag ich zu ihm, äh, ich mach gerade die Liste für die, äh, für die nächste Top-Ten und hast du die Road Rash schon mal gesehen? Er so, nein, die sieht echt cool aus. Also, die ist extra so hingefallen, also über die Straße gerutscht. Das ist so. Der Skin hier zum Beispiel ist jetzt in Minimalware. Ich finde, dass die echt was hat hier vorne mit der Bullet, die so fliegt, mit dem Flügelchen. Ist cool. Vom Preis her ist jetzt nicht so cool und es gibt auch nur ganz, ganz wenig, ja, anzuschauen. Ich habe mir eben die hier mal angeschaut. Wir gucken uns jetzt noch eine an, die so ein bisschen kaputter ist. Also die hier. Okay, ich glaube, das ist raffiniert gemacht. Ist sie jetzt ganzer? Erkennt man mehr? Das hier ist nochmal eine in FN. Nein, nicht wirklich. Naja, Preis könnt ihr hier ja sehen. Die USPS Torque liegt auf meinem Platz Nummer 9. Das war für mich schon immer so ein Skin, der einfach stabil ist. Ein stabiler USPS Skin. Den kann man spielen, den sollte man spielen. Ich glaube, da kann man gar nicht viel zu sagen. Ist auch schon recht alt, glaube ich. Also den gibt es schon eine Weile. Auch der Preis ist, glaube ich, ganz schick. Ich gehe mal auf günstigste zuerst. 85 Cent, Einsatz erprobt. Okay. Minimalware 1 Euro. Ja. Und mit StatTrak? Gucken wir mal kurz. Guck mal da. Selbst da, 2 Euro. Ich glaube, die Torque habe ich auch am längsten am längsten gespielt. Da, ja, 700. Ich hätte schwirren können, dass so Dinge waren irgendwie vierstellige Zahlen. Aber naja, die habe ich sehr lange gespielt hier, die Torque. Platz Nummer 8. USPS Guardian. Ach, und schnickes Teil. Irgendwie unterschätzt. Ich weiß nicht, warum. Es ist jetzt zwar nicht so viel drauf. Sie hat nur auf der einen Seite hier die Diffuser, das City-Zeichen. Ist es das City-Zeichen? Ich glaube schon. Und ist halt sehr schlicht gehalten. Trotzdem ein schönes Teil. Darum passt der Preis auch ziemlich gut hier mit 79 Cent. Und ist man da ganz günstig dabei. Minimal wäre für ein Euro. Plus, Minus. Kann man machen. Achso, ja. Und bevor ich es vergesse. Das Ganze natürlich wie immer in Zusammenarbeit mit Skin Baron. Unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen oder zu verkaufen. Für echte Penunze. Nicht Steam-Guthaben oder oder Kackguthaben. Nein. Euro ist die, die du in die Hand kriegst. Also, wenn es dir auszahlen lässt auf dein Bankkonto. Oder Paypal oder wie auch immer. Platz Nummer 8. Die USPS Kaiman liegt auf meinem siebten Platz. Das ist auch so ein Skin, da hat Tobi noch gemeint. Er sieht den irgendwie fast nie im Spiel. Obwohl es so ein cooles Teil ist. Liegt vielleicht am Preis? Ne. Doch. Naja. Wir gucken mal kurz. Günstig ist er zuerst? Okay. Ja, also ich meine. Sie ist jetzt nicht ultra günstig, aber aber schweineteuer ist auch nicht. Also, vielleicht trifft es auch einfach nur den Geschmack von den Leuten nicht. Das kann natürlich sein. Ich finde sie echt cool. Auf dem Platz Nummer 6 liegt die USPS Orion und das ist auch der aktuelle Giveaway Skin. Das wisst ihr ja alle. Wenn ihr es nicht wisst oder noch nicht mitbekommen habt, dann geht mal drei Videos zurück. Ich glaube, es sind drei. Ich verlinke euch das Video hier eh nochmal am Ende wahrscheinlich oder jetzt gerade in dem Moment da oben in dem I. Da steht das drin. Da kann man draufklicken und da ist dann die Playlist und unten drunter das Giveaway. Klappe ich euch dann da rein. Das war lange Zeit mein hochwertigster USPS Skin. Ein schönes Teil. Ihr wisst, dass mir jetzt halt Gelb nicht so ultimativ zusagt. Ich weiß, dass es sehr, sehr vielen gefällt. Sehr viele haben auch angefragt, wenn ich das nochmal raushauen kann. Darum ja auch das Giveaway. Aber für mich ist es jetzt halt nicht das Nonplusultra. Schön ist er trotzdem. Preismäßig ist sie jetzt auch nicht wirklich günstig. Aber man kann sich das Teil schon, wenn man jetzt unbedingt möchte, denke ich, ja, für sieben Euro kann man sich das noch gönnen. Diese wunderbare USPS Cyrax liegt auf meinem fünften Platz. Auch einfach schon ewig lang ein Favorit. Eine Waffe, die man stabil spielen kann. Der Skin ist auf einem guten Begehrenswert-Level. Vom Preis her ist die so ein bisschen unter der Orion angesiedelt. Sogar ein bisschen arg. Guck mal da, du kannst mit StatTrak, wir schauen mal, was mit StatTrak so geht. Ja, guck mal, also hier Einsatzabprobe fast Minimal wäre 5 Euro. FN 35 Euro, Minimal 19 Euro, also Minimal wirklich fast genau. Guck mal da, Fabrik neu für 12 Euro. Das sind die Schnäppchen, wo man dann zuschlagen muss. Ähm, und nicht hier unten. Und schon sind wir auf dem vierten Platz angekommen. Da liegt für mich die Flashback USPS, ganz klar. Locky Flocky, Sneaky Peaky, Lock and Load, Get Some. Und da steht Bun, äh, püfft. Ah, Bang Switch. Ah, lesen sollte man können, ne? Born to clutch, press this, Bang Switch, peace. Eine ganz alte StatTrak-Anzeige. Schön. Und auch der Preis ist eigentlich ganz schön, oder? Guck mal, der Einsatzabprobe, beziehungsweise fast Minimalware. Äh, äh, ich gehe hier mal einfach auf, auf Only Minimalware und, äh, Bums. Ja. Guck mal, 1 Euro. Du kannst dich nicht beschwere. So, jetzt kommen wieder die vorderen drei Plätze. Ihr dürft also wieder raten, was da bei mir wohl steht. Auf Platz 3, 2 und 1. Und natürlich auch eure eigene Top-Liste schreiben. Top 3, Top 5. Oder einfach euren Lieblings-Skin, wie ihr wollt. Ich bin gespannt. Ihr wisst, ich lese jeden Kommentar und beantworte auch jeden Kommentar. Auch wenn Pipi drinsteht. So ist es. Platz Nummer 3. Da haben wir die USPS Cortex. Die kam, glaube ich, erst letztes Jahr dazu. Und war auf jeden Fall eine Sensation. Also zumindest für mich. Dieses bunte und tolle und toten, äh, Kopf. Der Preis ist dementsprechend auch, äh, angemessen. Äh, ja. Wir können hier sogar noch auf eine zweite Seite. Da wird es dann langsam happiger. Wir können sogar noch auf eine dritte. Ja, wir können noch auf eine dritte. FN, 35 Euro. Wow. Ja, ist schon schön, aber 35 Euro. Aha. Platz Nummer 2. Töte, 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 töte. Kill confirmed. Platz Nummer 2. Leckig schmeckig, oder? Komm. Da hat mit Tobi eben noch die chinesische Variante gezeigt. Und die sieht ultimativ krass aus. Aber auch die hier sieht nicht schlecht aus. Komm. Ja. Ist, glaube ich, auch extrem, extrem beliebt. Also das ist so ein Skin, der bei den meisten sehr hoch im Kurs steht. Und das kann man eben auch am Preis erkennen. Also da fängt das billigste, das billigste Teilchen, das sie hier haben auf Skin Baron aktuell, fängt bei 19 Euro an. Dieses Schnuckelchen hier. FN, 282 Euro mit Steady. Wow. Aber was ist jetzt auf meinem ersten Platz? Überleg nochmal kurz ganz scharf. Und wir lösen auf. Da liegt für mich ganz klar die USPS Neonoir. Dieser Skin hat mich schon ziemlich weggeflasht, als er frisch erschienen ist und bei uns in der Community so ein kleiner Hype auch darum entstanden ist. Wirklich schön. Preislich halt dann auch dementsprechend hoch. 23 Euro Minimalware. Ich denke auch, dass sowas hier noch vollkommen in Ordnung geht. Ja. Ja, die ist auch noch gut. Also die teuerste ist nicht so wie die Kill Confirmed. Da wären wir doch auch schon wieder durch bei der Top 10. Es freut mich, dass euch diese Top 10 Videos so gut gefallen. Und dass ihr sie auch dementsprechend nutzt. Also manche nutzen die auch für eine Art Kaufberatung und gucken sich halt an, was ich so vorschlage. Wie die Preise sind und vergleichen so ein bisschen und gucken. Also hat das Video nicht den Nutzen der Unterhaltung oder wie auch immer. Sondern auch wirklich der Informationsweitergabe. Das ist halt schön. Ja, dann sehen wir uns morgen im Livestream am 18 Uhr am Dienstag. Beziehungsweise eben im Video. Je nachdem, was ihr präferiert oder wofür ihr besser Zeit habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.